So, nächste Folge geht direkt weiter. Ah, ok. Die TN müssen sich nicht so lange hören. Jawoll. Warte mal. Ah, geht nochmal. Aufhören. Das passt. Oh nein. Ich war jetzt auch nie lang zu. Ok, cool. Richtig, oder hat ein Pieperlipi, wie das Ding heißt. Pieperlipi, okay. Ja, das passt natürlich auch. Und diese Möbel da, beziehungsweise. Ja, ich würde aufpassen. Den Namen schon vergessen. Oh ja, wir sehen die nächste Entwicklung. Und da habe ich mit dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Das ist für den Bart von dem Cool. Yay. Boom. Für Wunsch, dein Micro hat sich zu einem Canoevis entwickelt. Kommt einiges cooler aus. Ja, dazu gesellen mal. Okay. Aber kein Spieler, oder? Oh ja, danke schön. Cool. Okay, der Pogoball selber blitzt auch anscheinend. Der Schüler-Finnik. Auch eine lustige Kombination. Ist das Käferfeuer oder ist das wirklich nur Käfer eventuell? Wenn das Kiefer Feuer ist, wie ich wüsste... ...befeuert hat mich in der Nähe von gar nichts. Komm! Immer auf 2Key. Abwechslung ist der Gegner. Das sieht aus wie ein Elektro-Keyfer. Er sollte aber einen Feuer-Kinder auf jeden Fall ausbrechen. Und das ist die Wahrheit mit dem Kontensekt. Mal an den Augen erkannt. Ja, so leicht kann man dich besiegen, mein Freund. Wohl noch ein bisschen was lernen. Gehen wir mal Rund. Hallo, meine Katzen, ich bleibe hier. Unser eigenes Mobil Pugmo Center. Ich mach das was ich bitte, denn Pugmo wieder auf. Ja, Pugmo hier heiß. Ach cool! Ach, die Geise, das muss ich spüren, aber alter. Jetzt gibt es doch nichts. Das ist doch schon gleich schon auf der Kursion Boah, schlüpter Papadamil es mit Wie sieht das cool aus, Mann! Okay, ich kann schon übergeben den. Ich müsste auch irgendwie Steinsproken noch dabei haben. Wie sieht das? Oh, ja. Wie sieht das? Oh, ja. Wie sieht das gut aus? Oh, dann geht das gut. Das war einfach ein Zollachdruck. Das war einfach ein Zollachdruck. Was ist denn da hin? Ah, so. Ah, superwelle, nice. Hier geht es schon mal draußen. Ah, ach nee, ich sehe ja erinnern. Eine TM-Fales-Beruf. Sehr cool. Oh, nice. Oder? Ja, das kennt man nicht. Auf jeden Fall interessant aus. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Habe ich für mich jetzt die Möglichkeit einen Pokéball zu schmeißen und sich zu befangen? Mist, nicht jetzt. Erstmal, dass ich den Pokéball nicht eingefangen bin. Ja. Hm, nice. Hm, nice. Warum nicht? Es führt seine beiden Clowns zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und stinzt sich auf seine Bordschau. Dann kommst du erstmal in die Lindenberger Tasche. Ich schätze, dass es stark weiter geht. Aber dann darf es sein. Okay. Sollten wir ihn kriegen. Das ist ein Kampftyp auf jeden Fall. Dann die Tourladung. Okay. Und noch eins von denen. Okay. okay so ist das spiel spielen kein problem die fresse wird doch gerade was meister von da hat zwei niederladungen raus am stück oder man landet irgendwie das blöde ist so dass die faust anscheinend scheißen kann von dem noch eine tm und sternstaub das sollte genug heilung sein und ich sollte auch speichern dass ich habe ja jetzt dann schon gespielt das war eine knappe sache richtig java das ist unser pokémon und auch gespeichert und das hat auch nicht den kiesel aufpassen ich weiß es ist nicht sehr effektiv, aber da wird es runter und sollte man damit machen dann Ich hab die Götter gebeten, aber ich hab die Gebeten gebeten. Ich hab die Götter gebeten, aber ich hab die Gebeten gebeten. Jawoll. Ach. Ich lasse nicht mal ein Team mit Moe und Manu. Hör auf damit. So. Da machen wir noch mal schnell. Ein Doppelkick. Sollte das auch weg sein. Ja, so. Tollte Finger reicht so locker aus. Eigentlich scheiße. Und fassen wir ein Level ab. Soll ich nicht um. Nicht. Ein Dick da. Der Minidugel. Der ist ja leider nur ein Bodentyp. Den ist ja gar zu effektiv. Aber hat gereicht. Der Minidugel. 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 Protomorph mag ich auch nicht so gerne. Aber. Ich bin an dem wie stark es ist. Ah. Zwei. Zwei Runden bräuchte ich. Da sollte es absolut nicht gewesen sein. Der jetzt. Weg ist. Pokémon ist ein super schönes Spiel. Und mir gefällt das neue Pokémon sehr sehr gut bis jetzt. Aufwand. Blas an. Flasso. Schwierig. Schwierig. Also. Ich glaube ich das wieder an dem Itemball muss. Da hat er voll gesteckt. Ah. Der kommt ja auch. Der kriegt auch jeden. Ja, ja. Machen wir gegen Rolls-Roll. Oh, voll, sehr fach. So. der träger wird nicht mehr durchs fallen oder andere objekte beeinträchtigen basis item oder was ist das das ist cool Oh, und dann. Der hier wird durch. Das wird natürlich nochmal gut überlegen. Und mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines von Sterns ist, ungeschoren vorbei. Ist der hier der von Champ der Arena ständig erfohlen wurde? Habe ich recht oder habe ich recht? Wir haben selig. Hören mir gut zu, der Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe keine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin tausendmal wichtiger als du, weil es dir das gerade mal zu hoch war. Ich muss dir meine Überlegenheit jetzt in den Kampf. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Okay, ich soll gerne machen. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. So, ich weiß nicht. Ich weiß, dass das nicht wieder ist oder nicht. So. Was ist denn für ein Vieh? Naja, egal. Das würde so wie so One-Shot sein. Ha, hab ich mir nur dabei gedacht. Ich muss die Sache jetzt nicht einmal zu Ende bringen. Was ist das für Pokémon, Alter, wie der hat? Ich finde ja gar nichts. Ich verstehe. Nein, was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Habe ich gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, nicht zu wehren. Weil jetzt kennen wir deine Zwickler umstrategien. Ich ergesse nicht. Sollten wir uns jetzt noch einmal im offiziellen Kampf beginnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ich auch so. Könnte aber auch so einer der Bösewichte sein. Jetzt kommen wir auf Route 4. Ah, mein Gott, Schwester und ich bitte ein... Ah, okay, das nicht. Die Schwester. Jawoll, danke schön. Der Freund ist von dir. Ich täuschte mich. Ach, okay. Ah... 画ier nochmal... Das ist neu so. aufbauen perfekt eine portion energie staub ok haben und die ganze zeit Aber hiernach beende ich auch erstmal meinen Stream und nehme auch noch sowas auf. Oh, da ist sowieso keiner zu. Ich würde es nur nicht töten. Ich würde es nicht töten. Ich würde es nicht töten. Ich würde es nicht töten. Dann müssen wir jetzt mal ein anderes Pokémon nach vorne nehmen. Äh, nicht Pokémon-Camp. Egal. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.